es ist einfach so los von den gegnern ja du hast doch eine neue leitung oder nicht meine eigene ist noch online verbinden durch was man komplett durch pushen was wäre einer schon dahinter mit auch in der mitte unter dir unter dir ganz stark doch gar da let's go ich bin drin Jungs Rene du hast vergessen auf Einladung zu machen sorry alles gut ich komme ich komme du hast ja drauf prügelt also ich brauche ihn auch nicht zu füllen den du samsher verdient alter du kannst einfach 5 mal AC machen so bin da bin da bin da bin da ja mit der ja 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 so wie gleich so wie gerade was hab ich für ein Pilot hier nehm ich alter was hab ich ausgewählt was hab ich ausgewählt du hast den Piloten zwei Meter what the fuck hat mich auch ein sniper einer im Haus bei denen Richtung B am Auto am Auto am Auto Zeitick Kinder ist er wieder zurückgelaufen er ist zurück Digga hier explodiert es doch hier hinten irgendwo ich glaub die gehen A äh Stairs einer Stairs Poolside ja immer noch Pool weiter zwei Meter zwei Meter 100 Stairs oh window loll loll wir haben nur noch dich im Kampf das da was Spielzeit Spielaufzeit was der Kniper in deren window war der der Kniper es gibt kein zurück mehr schließt die Mission ab da wo Intex grad hinläuft es war früher immer Tuch das hieß Tuch einfach Bombe online ist das Gitter bei euch auch verdrackt in der Mitte was für ein Gitter was geht was geht was geht was 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 hat wirklich noch mal dahin gelaufen ich dachte der beste Sniper der Welt der Typer der 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 holy shit aber komisch er hat durch seinen teammate durch geschossen aber den teammate nicht gekillt ne steh ich grad nicht egal jetzt komm lass die wegschießen jammer alle Ziele beseitigen wir haben die Bombe bitte smg einer ist nach links rüber habe ein gestand da hinterm auto wahrscheinlich renne aufpassen auto sehe ich nix nice dog oben drin oben drin oben drin oben drin einer war oben drin nice weiter er ist links doch nicht drinnen hier alle er war hinter 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 ich glaube der ist jetzt links rüber geht zu ich plante ich habe oben ich glaube nix war ein bisschen dumm von mir grad doc ich wollte ja eigentlich helfen so aber da mein brain war auf k irgendwie ahja verstehe ich schon drei schüsse alter what the fuck was war es war ich das oder was ja 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 ich habe gerade nicht hingeschaut ich snipe auch doc ich snipe schnike schnike er schnike er schnike ich schnike da ist noch einer alle drei schon zwei gepusht und einer war stand noch long ich hinterlauf der sniper hatte die bombe alter die bombe platziert position halten ja hast im kopf gesehen schade ich hatte keine chance ich hatte mich dann lang abgeaimt nee nicht nur bei dir was war gerade das thema der eine hat sich für wino richtig weggebeamt aber ein hinterm auto er lebt immer noch aber ich stares stares mittel Plante Immer noch Er ist wieder rein Er kommt, er kommt Bei uns im Spawn Schaltet Ihren letzten Spielen aus Nicht mal das eine Bullock getroffene Dude Ah ja Okay Ich glaube ich tief jetzt einfach mal durch die Mitte gehen Wait raus, bringt das was? Kann nicht probieren Ich geh mal links rum Wenn dich mit einer abaimt, dann kannst du es probieren Versuch's einfach mal Ist der Dock mit mir jetzt ein zweites Mal weg oder? Das kann nicht sein Ist der einer los? Ach Digga Genau im Hedlitch Einer hat den Raid drauf Einer hat den auch Weak Mit der Raid an Mit Okay Einer ist bei uns durch Tank Öh Tank Van Der andere wird wahrscheinlich auch schon durch sein Von hinten Oder wir sind mit Einer gibt eine Bombe vorn Bei B Können dazu gehen Können dazu gehen Genau in der Bombe Red glitch Andere Seite B Blech Und hier jetzt видел Präsident Ja Aus Sein schlocker Tod sein müssen. Ich bin Hoss. Genau deswegen. Ne man, die ist komisch. Wieder die Kratzer. Ich bin in die AKU verliebt. Was machen wir mit dir? Wir sind vorbeigezogen. Ich hab was gestunnt hinten an dem Stern bei denen. Der hinter läuft wahrscheinlich komplett. Hier außen ist einer. Doch oben. Hat mich. Ja noch einer. 2. Das war einer. Das war der. Mensch. Wo bist du? Ich glaub Mitte war einer. Ja. Bounce. Was. War das etwa ein ACE oder? Ne ne. Ah. Achso ja den Sniper. Ja. Einfach rein springen und laufen. Alter. Vorallem hat auch noch einer gesagt. Der ist Mitte. WTF. Ich glaub da irgendwas durchrennen sehen. In der Mitte. Krieg Power. Schnapp jetzt einfach mal auf. Das schlechteste nicht. Aber ich. So. So präzise wie die Krieg ist. Auf jeden Fall nicht. Schnapp jetzt auf die. Schnapp jetzt einfach mal auf die. Die hobbelt ein bisschen. Aber stark ist er. Ja ja. Nix durch. Einer vor bei Red. Zwei vor bei Red. Zwei vor bei Red. Wann ist schon mal Auto Chris? Jetzt einer. Oh. Hab ich. Wann am Auto hab ich. Oh. 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 Schluck doch nicht du Hunde Ficker. Zwei. Einer ist im Red. Naja. Schau mal. Ich schau rechts. Oh. Chill chill. Lass ihn einfach. Wenn er rechts kommt hab ich ihn. Nice. Feind ist auf einen reduziert. Macht null draus. Hinter mir. Mitte. Oh. Ich hab's springen hören. Er geht. Kitchen. Dann weiß ich nicht wo. Wahrscheinlich hinten. CIA. Wir haben fast keine Zeit mehr. Ja da hat er Bombe. Bombe. Jo moin. Ok. Die krieg ist echt komisch. Mhm. Das ist in der Mitte einfach ne. Da lag noch ne Waffe. Hättest du ja aufnehmen können. Für oben gelegt. Für Tuch. Äh für. Für oben. Bedroom. Mäßig. Ja. Bedroom. Nice. Äh. Nice. Not Wackshot. Ich bin in die Hitbox getroffen. Was ist das für ein Outfit? Ich bin in die Hitbox getroffen. Ich bin in die Hitbox. staurohinsjörbe. Und salud haufen.